Sehr schön gemacht. Das hat Andriy Usatschow übersetzt, ein sehr guter Lyriker, den ich auch kenne. Sehr gut übersetzt, das ist eine neue Übersetzung. Zwar vor der Revolution übersetzt, aber jetzt ist eine neue Übersetzung gemacht. Tolles Papier auch. Ja, und das ist ohne, also früher gab es eine Ausgabe mit Zensur, zum Beispiel wo es über diesen Juden geht. Das ist ganz neu, also er hat alles so gemacht, wie es bei Bush war. Und der erste Übersetzung zu Sowjetzeiten, der musste manche Sachen nivellieren. Das heißt, die Leute sind wichtig, aber das ist eine Lebensbedingste, die Leute sind wichtig, wie es bei der und die Leute sind wichtig, weil, bei der Leute sind wichtig, wie es bei der Kamerung steht. Vielen Dank. Vielen Dank.